Im Zusammenhang mit den unseligen Corona-Maßnahmen dieser Bundesregierung haben wir gemeinsam schon sehr viel geschafft. Aber genau deshalb ist es wichtig, diesen Protest fortzusetzen und genau deshalb gibt es morgen Samstag um 15 Uhr am Tonplatz in St. Pölten auch eine weitere Kundgebung für Freiheit und Demokratie. Ich freue mich, dass auch ich morgen ein paar Worte an euch richten darf und möchte euch bitten, in möglichst großer Anzahl morgen in St. Pölten einzutreffen. Auch wenn die Mücke jetzt weg ist, der nächste Grüne steht bereits in den Startlöchern, der nächste Grüne, dem die Ideologie wichtiger ist als das Wohl der Menschen und genau deswegen dürfen unsere Proteste nicht abreißen. Und wir müssen so lange weiter gegen diese Maßnahmen wie Impfpflicht, Maskenzwang und so weiter und so fort kämpfen, bis diese Regierung tatsächlich in die Knie gezwungen ist. Morgen um 15 Uhr am Tonplatz in St. Pölten. Ich freue mich auf eurer Kommen. Nur gemeinsam sind wir stark. Seid dabei.